Hallöchen Leute, ich heiße euch nach ziemlich langer Wartezeit mal wieder Willkommen zurück zu einem neuen Super Mega Random Flash Game. Dieses Mal mit Fly Like A Bird, ein Spiel das mir von Braifly war der Name glaube ich vorgeschlagen wurde. Und in dem Spiel spielt man einen Vogel und baut sich Nässe und muss, was mich natürlich überzeugt hat, Passanten ankacken. Das klingt super, deswegen spielen wir das jetzt. Wenn will ich denn? Oh, ein Schwan! Hildescape! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, okay, okay. Ich kann kacken. Oh Gott, was ist denn jetzt der Sinn davon? Wie brauche ich ein Nest? Und wen muss ich hier ankacken? Ah, da, da ist jemand. Komm mal her, mein Freund. Du wirst angekackt. So was von angekackt kann ich... Ah, okay, wenn ich nach vorn drücke bin ich schnell unterwegs. Okay, das sieht mir nicht verglitscht auf. Was war das gerade eben? Was war das? Wo ist jemand, den ich ankacken kann? Hallo? Hallo? Ich will jemanden auf den Kopf machen. Groß. Geschäft. Ah, ah. Äh, hallo? Ich verstehe nicht so ganz, was jetzt meine Aufgabe im Spiel ist. Und irgendwie fehlt mir auch ein bisschen Musik. Mit mir fehlt ein bisschen Musik, meine ich hier ist überhaupt keine Musik. Hm. Und irgendwie habe ich mir das Ganze ein bisschen spannender vorgestellt. Was ist denn der Sinn von den ganzen Häusern? Kann ich hier irgendwas machen? Ich habe einen Score von 0 und wie kriege ich dann einen höheren Score? Geh mal runter, Vögelchen. Quark, quark, quark. Ja. Hm, diese Texturen. Hm, hm. Verdammte Scheiße, was muss ich hier machen? Klärt mich auf, Leute. Ich habe nämlich keine Ahnung. Hä, kann ich nicht einfach eine andere Welt machen? Okay, ich mache jetzt eine andere Welt. Ist ja bescheuert so. Oh, ich nehme auch einen anderen Vogel. Wie wäre es mit einer Krähe? Cityscape? Escape from the city. Au! Nein! Krähe! Wie ruhige dich! Flieg los! Okay, dankeschön. Ähm. Ach, du blöder Vogel! Hör doch auf, abzu... Da! Ich will mich von dem Auto überfahren lassen. Ja, 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 ja. Ihr kriegt mich das eins. Du kriegst... Yeah! Nee. Irgendwie ist das doch dumm. Was ist denn der Sinn von dem Spiel? Wie hoch kann ich fliegen? Und wie kann ich da bitte ein Nest bauen? Joghurt, Hidpa, Yaka, ja, super. Super! Äh? Das ist... Was muss ich hier machen? Ich meine, ich bin ja viele dumme Spiele gewohnt, aber... Das hier? Äh? Äh? Ich habe das Gefühl, dass so 3D-Flash-Games mit Abstand die schlimmsten sind. Die sind einfach... Da kann man einfach nichts machen. Die sind einfach scheiße. Genau wie dieses komische... Zombie-Blocks 3D oder wie das hieß. Mit den Zombies. War es doch kein Flash-Spiel, sondern Unity... Die Mülltonne! Äh! Friss den Müll! Replay... Structure... Okay. Wer ist dir zu bewegen? Blablabla... Blablabla... To poo nest egg, okay? Okay? Ich muss irgendwie die Nest-Bone. Ich habe aber keine Ahnung wie. Nehmen wir das hier. Und zwar in Islands. Das klingt doch schön. Oh! Was für ein prächtiger Vogel! Hm, so prächtig. Okay. Das ist kein Nest bauen. Wie kann ich ein scheiß Nest bauen? Hehe. Warte. Nein! Verdammte Scheiße! Ah! Nein! Steh auf! Blöder Vogel! Jetzt kackt die Leute an! Hi! Das ist doch dumm! Was ist mein Spielziel? Ach, Moment. Da sind Punkte auf der Karte. Oh! Moment. Ich fliege jetzt mal zum grünen Punkt. Oder Pfeil. Oder wie auch immer. Was ist in der grüne Pfeil? Ist das irgendwo hier? Da vorn! Da ist was grünes. Da will ich hin. Ach, das ist dieser Typ da. Muss ich dem auf den Kopf kacken? Hey, du. Warte mal. Bleib mal stehen! Bleib mal stehen! Ne, hä? Leute, ich verstehe es nicht. Ich fliege halt jetzt zum roten Pfeil. Also auch immer dann passiert. Hoffentlich passiert dann irgendwas. Ne, hä? Hä? Das ist ganz seltsam gemacht, dieses Spiel. Ich glaube, es gefällt mir nicht. Da lag doch irgendwas am Boden, oder? Da! Da! Da war's! Da war's! Was ist das? Ich hoffe, die ganze Zeit loszufliegen. Ein Stück Pizza. Nom, nom, nom! Pizza! Ich habe auf die Pizza gekackt. Game of the Year. Definitiv. Roter Pfeil. Wo? Was ist das? Was ist mein scheiß Spielziel? Das ist doch dämlich. Ja. Erklärt mir, was du in dem Spiel machen musst. Ich habe keine Ahnung. Ich kapier's nicht. Ich bin verwirrt. Das war ein super mega random Flash-Game. Ein Musterbeispiel für großartige Flash-Spiele. Ja, dann bis demnächst. Und tschüss.